Musik Nahe der Heideblütenstadt Schneverdingen gelegen, bietet das mit Solarenergie betriebene Ferienhaus exklusiv ausgestattete Ferienwohnungen mit allem Komfort. Wer die Natur, Ruhe und Stille sucht, wird sie hier bei der Familie Ruschmeier finden. Auf dem vollbewirtschafteten, landwirtschaftlichen Hof kann man so richtig am Landleben teilnehmen. So zum Beispiel Hängebauchschweine. Und wer möchte, darf auch die Kaninchen streicheln oder das Jungvieh im Stall mit Futter versorgen. Quirlige Frettchen. Es gibt immer etwas zu entdecken. Landleben auf dem Bauernhof. Eine Garantie für einen erlebnisreichen Tag. 8000 Jahre ist es alt und doch immer wieder schön. Das Schneverdinger Piezmoor mit seinem bizarren Landschaftsbild und einer geheimnisvollen Stimmung. Ein wiedervernässtes Naturschutzgebiet, das auf kilometerlangen Bohlenstiegen auch für den ungeübten Wanderer direkt begehbar ist. Das Einbringen der Kartoffelernte und das Mitfahren auf dem Traktor, für die Kinder immer wieder ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Neben dem romantischen Ferienhaus gibt es auf dem Bauernhof auch für die ganze Familie viel Platz zum Verweilen. Langeweile lernt man hier erst gar nicht kennen. Wenn sich der Sommer dem Ende neigt und der Herbst naht, dann öffnet sich auch das Füllhorn der Natur. Eine Zeit für die Erträge, die Äcker und Felder uns schenkten. Hier, auf dem Bauernhof der Familie Ruschmeier, findet man leckere und gesunde Produkte das ganze Jahr. Auch für die Kinder öffnen sich die Schatzkisten der Natur. Losgelöst von Zeit und Raum sind sie mit sich und der Ernte allein. Ruschmeiers Welshof – auch für sie ein kleines Paradies in dieser Welt. Die Schatzkistener – auch für sie ein kleines Paradies in dieser Welt.